Hallo und herzlich willkommen zu einer gechillten Runde, abends um 0 Uhr irgendwas, 0 Uhr 13 oder sowas, äh, lol, hier ganz normal mit den Herrn Blaze, Hallöchen, mit den Nemesis, Hallöchen, den Patrick, Hallöchen, und den Lukas, Hallöchen, Bespruchklaue, ey, sehr schön, Wir sind ja schon hier drin, oh, jetzt hab ich das falsch geskillt, ii, Checkl als erstes, boah, mach ich ihn jetzt, verdammte Scheiße, Was du jetzt machst, ist nicht fehlen, Ja, weil, äh, 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 So, der, der Nemesis sagt uns mal, welche Champions wir spielen, weil wir haben es vergessen. Was? Nochmal? Du sagst uns jetzt, welche Champions wir spielen, weil wir es vergessen haben. Ach so, weil, weil ihr es vergessen habt. Ich weiß nicht mehr, was ich spiele, genau, sag uns mal. Du spielst Morgana, äh, Luca spielt Braun, What happened? Äh, Patrick spielt, äh, Jinx, ich spiel Rengar, und Blaze spielt Doda. Äh, aha, Ja, und Lukas, was spielen die Gegner? Ich hab das, ich weiß es auch nicht so, also. Äh, Lucian, Velcrocho, Guam, Velcrocho, und Katzixson. Ja, und wer sagt jetzt, welche Positionen spielt? Nein, ist egal. Lukas und ich gehen, nein. Ich kann dir keine Super machen, ne? Da. Ja, ja, schon. Ich hab leider den Stun gechillt, gechillt. Gechillt? Du hast den Stun gechillt? Ich hab den Stun gechillt, äh, gechillt. Och Gott, Stun! Waaaaaah! Guam, 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 Guam. Das lustige ist, dass Velcroft kein Escape hat. Das heißt, wenn ich mal Midlane gank werde, dann kommt der auch nicht mehr weg. Ja, ob ich einen Scan oder Stunner oder du, ist völlig egal. Ja, vor allem weil dann direkt der andere Stunner kommt. Ja. Na gut, er hat ja nicht so ein Ding, er hat einen Skip hat da. Blitz halt. Ja, ok. Aber wenn der einmal raus ist, ist der halt für... Wenn er für die nächsten 20 Minuten angreifbar hat. Ja, gefühlt. Patrick, benimm dich. Ich wollte mal unseren Red. Mach mal. Das ist nett von dir. Ok. 3, 2, 1, Feuer! To go! Bam! Ganz genau getroffen hast du gesehen. Sehr schön. Ok. Ah, der Feldkost ist auch schon da. Toplane fehlt noch. Hit one! Ach so, ich muss ja vorsichtiger spielen, ich hab aber meine Super nicht zum heilen. Verdammt. Oh, ich hasse ihn. Muss mich daran gewöhnen, dass er ja um die Ecke schießt. Jep. Du darfst ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Tu ich nicht. Ist gut. Thomas hat gar nicht mal so schlecht. Hast du getroffen? Ja, fast. Ich hab keinen Heiltrag genommen, weil ich mich mit der Suppe heile. Packst du schon noch. Stepp. Also in der Mitte gibt's schon Freekills. Wenn der mal geht. Ja, ich brauche erstmal Level 3. Ansonsten kann ich ihn noch gar nicht. Vorher heilen uns erstmal so ein bisschen hier mit der Suppe. Oh, ich bin so dumm ey. Aber warum hab ich nicht noch den Dings drauf aufgehauen? Den entzünden, dann wäre er jetzt gut gewesen. Ich hab ihn noch nicht bockt. Ja. Bleibt er noch auf der Lane? Aber der Lane ist auf der Lane. Ich bin so dumm. Was ist jetzt los? Update Exe? Was will der jetzt von mir hier? Ah, sorry. Ich seh wieder was. Wieso hat er dich jetzt noch gekillt? Ja, weil er mich nicht mehr hat. Aber ich hab da auch Glück. Ja, ich hätte dir ja geholfen, wenn ich was gesehen hätte. Ich werde mich noch rächen. Wie gesagt, du hast noch Assist bekommen. Ich hab das First Blood bekommen. Ja, also, was soll's. Alles im rosa-blauen Bereich. Rosa-blau. Die Farben von Jings, yeah. Geil ist, wie ruhig ich das einfach nach diesem Kommentar geworden bin. Nach was, nach rosa-blau? Nein, nach dem Kommentar sind die Farben von Jings, yeah. Ach so, ja. Allgemein, wenn ich rede, sind immer erstmal alle ruhig, weil sie sich in Fremdschirm verlieren. Wenigstens sieht das einfach aus. Yes, I can. Ja, ich kann mal runter. Oh, ich kann mal runter. Ich kann mal runter. Ich kann die Farben von Jungs. Ja, stärkere Suppe, jetzt geht's los. Au, ja, nicht getroffen. Ich kann mal runter. Ich kann die Farben von Jings, ich kann die Farben von Jings nicht mehr. Okay. Ich hab in 6, 5 Sekunden meine E wieder. Ich hab meine Q... Ich hab eine Q Q Q Q! Und hier don't what? Weiß nicht. Lass sie mal schützen, das ist ein Rausbush. Ah ja. Komm auf, wir sind so dumm, wir sind so entscheidend. Ah, they freeze the lane. Komm, jetzt entscheid dich mal loschen. Freeze ich jetzt oder freeze ich nicht? Naja, der Jacks freeze da auch grad, ob wir sich am Tower da schon oft ein bisschen. Ja. Versteh ich. Wir kommen raus. Hau dich. Wir füßen dann auch mal. Oh, knapp. Ja, der war knapp. Der wäre tot gewesen, weil der hätte ich Uli gemacht und entzünden, dann wäre er weg gewesen. Ja. Vielleicht kann ich ja von hier... Ich muss aufpassen, ich muss noch ein bisschen Mana... sparen. Mach halt kein Mana mehr. Ich will nicht mehr auf die Tür für Lastes machen, aber... Und, wird er den King kriegen? Das nehmen sie in der nächsten Folge. Nein, nehmen sie nicht in der nächsten Folge. Nein, nehmen sie nicht in der nächsten Folge. Also jetzt dann. Easy. Oh, da kommt was. Da kommt was. Er hatte keinen Mana mehr und ich hätte Ulti auf ihm. Und dann bleibt er stehen und redet nicht weg, weißt du. Kann ich auch nix. Vielleicht hat er wahrscheinlich auch nicht, oder? Hm? Flash hat er wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne, hat er noch nicht. Hat er auf ihm schon benutzt. Weißt du, wo die da oben sind? Ich glaube, ich muss noch... Fax ist Mist, der hat Backporten müssen. Ah, frag mich nur, ob ich es auf der Länge bin. Pass auf, Respekt. Aber es sieht nicht so aus. Was ist besser, wenn ich ins Back gehe? Ach ja. Erstmal ein bisschen weiterfahren. Es... Lefty. Oh, top, 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 top. Legslau. Guck, jetzt hab ich ein... Glück, wie ich bin. Heeltrank bin. In der Base. Weil ich erst das hin... Sehr schlau, ja. Weil ich erst das hin doppelt gekriegt hab. Das mach ich eigentlich nie. Aber ich wollte ihn eigentlich verschieben. Ich bin gleich da, Lukas. Na ja. Ich bin gleich da, Lukas. Na ja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh. Ich geh auch mal weg. Okay, dann bin ich ganz, ganz vollständig. Der verschwindet sein Mana hier. Das ist unglaublich, ey. Was hat er sich gekauft? Ja, okay. Das ist okay. Ich hab's... Ich hab's... So viel verloren gehabt. Ich hab's... So viel verloren gehabt. Ähm... Du kommst vielleicht Blue-Buff an. Ich kann jetzt halt so gut wie gar nicht farmen, wa? Das ist sehr gut, was ich mit Blue-Buff kriege. Ich mag das. Er kriegt auch einen, glaub ich. Ja, wahrscheinlich. Von dem haben die Junger gehabt Kha'zix. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt in der Junger von dem, also der Kha'zix, was hab ich. Kommst du? Ich komme, ja. Hm, reicht ein Kuh? Danke. Nein! Ist mein Job. Ich sterbe. Alles gut. Er macht ein bisschen viel Damage, der Typ. Das ist ein Jax. Aber ja, ich versteh, was du meinst. Ich weiß nicht, ob er für Trade Games ist, wie dringlich stark wird. Ah. Kha'zix Mitte. Ah. Mein Top Tower. Ich kann nicht Olaf spielen wollen. Alter. Ich hab schon. Ich hab' keinen Skill gerade parat. Mein Top Tower fällt, ne? Und das in Minute 9. Nee. Nein. Sehr schön. Es war einfach ein Blindschuss. Egal. Ja, ich hab's gesehen, aber der war gut. Ja, irgendwo muss er ja hinrennen, ne? Ja. Einfach mal irgendwo hin. Ja, sonst hätte ich die Super weiter nach links gemacht noch. Anschließend. Holti. War ja nice. Was er fein gemacht. Danke. Bitte. So, ich mach du erst was, dann komm ich hoch. Och, springt der da raus. Ich hab' glück gehabt, dass er genau in die Moment gesprungen ist. Ja. Jetzt hab' ich nix ab. Das ist ja du. Ich kann machen, dass du mein perfekte Ulti. Jetzt hab' ich meine Sachen wieder ab. Schau. Seid mir den willkommen. Denk mal, der hat, äh, River geboardet. Ja. Ja, ich hab'... Wap mal mit den River. Äh, wie fast. Du weißt auch, ob du jetzt seid und wie es steht auch raus. Flächerlich. 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 Ne, gut. Ich hab'ヘ – Schau. Rauch, ich hör's jetzt. Äh, ne, Dingz. Flächerlich. Flächerlich. Ich bin so von dem, ich bin so blöd Ich brauche eigentlich noch ein bisschen Gold, aber ich habe keinen Plan Auch nicht so, einfach, weil... Repta Was denn? Komm, hast du kacke Machst du immer Ich komme nochmal runter in diese Bischof Oder ich probiere es alles klar, kassel ich Der stellt sich ja schön hin Haha Hi, guck mal, hier bin ich Ich gehe jetzt Hallo So, entweder müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter Fusschen, oder? Was haben wir? Hey, lass mich Warte, lass mich Oh So weit? Ja Hab dann meinen Qualenteil Oh Oh, die sind beide so low Die sind alle 3 so low Katus, Ulti, Katus, Ulti Ich habe Ich bin sehr entgegenkommen Ich fühle es halt wieder rein Alter, what the fuck Nice Haha Sie haben zwar keinen Assistivisten bekommen, aber das war einfach nur awesome Oh Okay, Tau und dann weg am besten Gott, nervt der Dann noch die Wave und dann back Dankeschön, war richtig nice gerade, bot, alter Das ist doch irgendwie mein Job Das ist doch irgendwie mein Job Ich hätte keinen Maler und kein Leben mehr, aber ich habe ihn trotzdem fertig gemacht Das war einfach die Suppen Power von Morgana, die mich hochgealtert Die Suppen Power Oh du Magie Immer eine Achso, Morgana Immer eine Du die Suppe Ich bin zu langsam Stun! Ich glaube, es ist Miss Komm, wir probieren irgendwo in den Busch Gott, denn es muss Beide Das ist auch irgendwie geil Guck mal, von der ganzen Level Alle so um Level 8 Was hat Level 11 Hacker 11 8 8 8 8 9 7 9 7 9 7 9 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 10 10 11 11 11 8 8 11 9 10 11 11 12 11 Du hast es im Gefühl, du hast es im Urin. Gucken wir mal nach, da ist er nicht. Er hat Urin. Das ist jetzt mega Stealth, jetzt wissen die auch überhaupt nicht, dass wir hier sind. Und? Sollen sie es doch wissen. Toplane ist mit. Ja. Das ist jemand, ne? Ach so. Oder auch nicht. Ne. Du hast aber doch, ne? Oh, der ist wieder in der Mitte der Keller. Nö, doch nicht. Ja, was ist das? Das kenne ich dafür. Raza mit zu fluchen. Ja, können wir machen. Ich muss nur in der Mitte vorbeigucken, ob da alles läuft. Mitte, Mitte Miss. Patrick, lass ich mal so ein bisschen kuscheln. Ich mach eben hier einmal super in der Mitte und dann komm ich. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und... Cool. Fast. Top River ist gewordet. Okay. Lauf einfach. Lauf runter, unten, 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 runter, alles runter. Nimm es jetzt runter. Ne, kommt noch jemand, pass auf. Ohhhh. Ohhhh. Renn weiter. Renn weiter. Renn weiter. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Ich hab nichts, was ich machen kann. Ja, renn einfach. Renn einfach weiter. Das ist alles. Bleib zwischen den Wölzen und hier. Nice. Ohhhh. Okay, das war jetzt die falsche Richtung. Ach, das war genau richtig. Wollt ihr noch killen, aber... Oh Gott. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Bei mir. Bei euch auch? Alles gut bei mir. Ey. Ja, alles gut. Läuft bei dir. Läuft. Läuft bei dir. Die machen schon... Ich komm mal gegen ihn oder so. Ich komm mal gegen ihn oder so. Ja, der ist eh fast laut. Komm, ruhig. Der hat Angst, der holt schon wieder ab. Wie der Angst vor mir hat, weißt du? Ich bin so gut wie tot, aber er hat Angst. Du würdest nicht rum. Ja, jetzt bist du noch... ...mehr fast durch. Ja, reicht doch. Dann hat er... Dann kommt er wieder. Du lass mich ganz ruhig, ne? Wie der ist auf jeden Fall passiert. Hallo, geht er in meine Suppe? Ich hab mir nicht was getroffen. Er ist reingegangen in die Suppe. Wir sollten mal... Oh komm, Brom, den kriegen wir. Hier. Ja. Bad Tower. Ja, wir sind da, wir sind da. Wir sind da. Ah, okay. Okay. Okay, Blast. Jupp. Ich seh ihn nicht, wo ist er? Ja, und das ist nicht gut. Ich hab so ein bisschen Braum erwischt. Was? Was red ich jetzt? Hat mich der Wecklenock gekriegt, die Sau? Ja, der ist genau in dem Moment, in dem ich auf die gesprungen bin, ist er von mir weggesprungen. Ich hab 2000 Gold, die sollten wir vielleicht mal nach Hause, oder? Ach, was weitergeht. Ja, pushen wir raus. Ja, machen wir. Nein, nein, nein. Schild. Uh, Schild. The power of shield. Oh, ihr kriegt Besuch von hinten. Ich muss weg. Ich muss weg. Tschüss. Run for your fucking life. Brother, du hast ein bisschen wenig Leben stelle ich mir gerade fest. Okay. Auch hab ich schon die ganze Zeit. So hab ich vorhin den Felkos gekillt mit dem Leben. Und der hatte volles fast. Schild. Oh das haben wir... Wow. Ah, Soraya ist fertig hier. Läuft bei mir. Hashtag läuft bei dir. Ja. Ich werde mich noch rechnen. Ist eigentlich seit ich keiner Twitter posten. Problem tag läuft bei Edgar Rambrun. Der geht jetzt wieder auf die Lange. Auf die Lange wahrscheinlich. Der geht jetzt wieder auf die Lange wahrscheinlich. Der geht jetzt wieder auf die Lange wahrscheinlich. T-T-T-T-T Die wollen schon wieder unseren wundervollen Watt-Towers gestören Wieder nix! Also wenn du's mit AHHHHH Help, help Jaja, ich bin schon auf dem Weg Wir sind auf dem Weg Oh, dann müssen wir uns auch zu zweit Pass auf, spring doch nicht allein da rein Was machst du denn? Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir Was sollst du denn? Ciao Was sollst du denn, brother? Alles gut? Ja, weil ich rechtzeitig da war Ich zitiere dich nur noch mal kurz Alles gut bei mir Läuft bei uns Ja, willkommen Wollt der denn alleine? Machen wir fertig Äh, no I don't Da ist er Der unten noch? Ja, klar Machen, kaputt! Oh Ich konnte ihn nicht kaputt machen Der hätte durch sein Deutsch das nur aufgewiesen Deswegen hab ich Sonjas, ne? Läuft bei mir Sonjas Läuft auch bei dir Jetzt kaufen Wir kommen in eine Spritze Awesome, gratis Ah, hab ihn! Ich muss weg Er lebt noch, verdammt Ja, wie wenn ich gestunt und gesnared und ge-uploaded Ge-uploaded? Ge-uploaded? Haut ihn! Ah, jetzt kommt der Felkos schon wieder Ja, so soll der machen Ich hab genug Leben, alles ist gut, los, Eingriff Aua, aua! Ich bin tot! Scheiße, du hast genug Leben Ja, mit denen hab ich nicht gerechnet Das ist ja noch angedrampft, los Sie konnten nicht mit ansehen, wie ich einen Kill hatte Weißt du, einen Death Ja, das war so schade Ja, gewonnen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!